Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Eideltraut und ja, ich war lange weg und bin irgendwie gerade mal doch wieder da und da habe ich mir gleich einen alten Kumpel geschnappt mit seinem Replay dem Fave 89 aus dem Clan Aroma. Der Duft der Niederlage treibt uns an. Ja, das ist okay. Kann man jetzt mal so machen. Schauen wir mal. So, ich habe jetzt einfach mal die Einstellung so übernommen, wie sie mal war. Ich habe jetzt einfach mal einfach mal losgelegt und das leckt. Ich lasse das jetzt aber mal so. Wird das was? Moment. So, ich habe mir die Grafiken ein bisschen runtergenommen. Ja, macht das Ganze jetzt aber auch nicht besser. Genau, mit dem Girlfriend in dem Busch und warten, bis irgendwas kommt. Da fährt ein Lanzen hoch. Ja, warum du dich jetzt bewegst, du bist auch der Liebergatt, aber ist egal. Ah, hier ist rein, ein NVK, wunderbar. Achja, wir sind ja im Platoon mit dem Burning und dem, äh, der Lord Daniel, glaube ich. Wow, meine Waschmaschine geht gerade im Hintergrund ab. Ich hoffe, ich hört es nicht allzu sehr. Na ja, Mod wird mutig. Da kommen auch schon die ersten Schlüsse für ihn an. Oh, jetzt ist was auf der Waschmaschine gefallen. Ups. So, der Sue eine mitgeben vielleicht? Äh, nein. Ähm, ja, ihr müsst irgendwelche doofen Kommentare verzeihen. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so nicht mehr gespielt. Also, ich habe auch keine Ahnung. Ich hatte ja nie Ahnung von dem Spiel, aber jetzt habe ich ja noch weniger Ahnung. Also, ja, shit happens, ne? Who cares? Und da geht die Sue drauf. Aber der Schaden geht nicht an dich. Der Mod hat geklaut. Das Schwein. Also, Nudes. Und noch Hügel. Hm, ist der statisch? Ich dachte, hier geht ein bisschen was mehr. Ja. Aber es ist okay. Kann man mal machen. Oh, kannst halt auf nichts wirken, ne? Ist halt so. Wir spüren mal ein bisschen vor. Ja, da habe ich es verpasst. Schade eigentlich. Der R65 hat sich eine kassiert. Ja, das war's. oh nice jawohl angebrannt super 50 hatten hier leider geklaut und der lanzen geht raus wunderschönen den lowlife genommen dem vk jetzt noch mal verkette gestellt ja super noch mal 200 gedrückt super fahre ja das sollte so gut wie gewonnen sein oben t32 seit schuss na ja na klar genau das rohr getroffen ja t32 t34 ist rei dein ernst was hat er vor hallo fliege ja alles klar ja jetzt kann man das ganze bisschen offensiver angehen hätte mich jetzt ein bisschen gewundert und tschuss so da hat er kurz soviel umgeladen jetzt sind wir wieder ab jetzt ja ist nichts mehr da wo man irgendwelches dickes gelung bebraucht ja war für den anfang ein recht statisches spiel aber ich bin mir sicher ich finde da noch ein bisschen was was mehr abgeht rechtsklick links klick oder er kann noch mal böse werden ich muss mir aber noch die einstellungen irgendwie zur gemüte führen das ist nämlich alles nicht so in dem topf wo es kocht sehr schön und da gibt es die 4 kills im platoon zusammen 6 kills kann man mal machen 3008 so da sind wir auch in den post game stats geacet ansonsten nicht so ike 4 den scout hat noch geregt es waren 3238 schaden da war noch ein bleibschot dabei das war glaube ich der auf die ist ja wird nicht so angezeigt aber ist okay im platoon ja willst du binnig oben sehen musst du die tabelle drehen ja warum geht es dir anders wie mir wenn ich mit ihm fahr egal ja danke fürs zum verfügungsteil also versuch laden ja ich habe mir jetzt vorgenommen immer mal wieder was zu bringen ob das jetzt häufiger wird i don't know ja mal schauen was das jetzt noch so bringt ich selber auch schon mal wieder gespielt mit mittelmäßigen erfolgen ja egal ich bin das mal raus für heute euer heidel bis die tage tschau